Auch zahlreiche Museen in der Region Neckaralp präsentieren sich am kommenden Sonntag beim Internationalen Museumstag. Ziel ist es, die Menschen auf das Angebot aufmerksam zu machen, damit diese die Vielfalt der Museumslandschaft in Deutschland entdecken können. Viele Einrichtungen bieten ihren Besuchern an diesem Tag spezielle Führungen oder haben Mitmachangebote für Groß und Klein vorbereitet. Welche Museen dabei sind und was es dort zu entdecken gibt, ist auf der Website des Internationalen Museumstages unter www.museumstag.de zu sehen.